Thomas, ich liebe dich. Oh, voll sweet. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir den Thomas und Play Again On. In der heutigen Folge werde ich euch einige Sneak Peaks von Clash of Clans zeigen. Ja, das neue Update steht vor der Tür, wahrscheinlich wird es wieder Mittwoch rauskommen. Und ich würde auch sagen, wir werden gleich mal... Okay, Thomas, wann nimmst du auf? Ich nehme gerade auf. Ey, die finden es auch lustig, den Chat voll zu spammen. Ich nehme auf. Ich soll jetzt immer schreiben, wenn ich aufnehme und wann ich aufhöre. Anscheinend sind die Jungs schon ganz heiß drauf, zu sehen, wann ich aufnehme. Okay, und ich würde sagen, ich zeige euch auch schon direkt das erste Sneak Peek. New Cannon Level, Level 13. Okay, das ist die neue Kanone auf Level 13, die Supercell vorgestellt hat auf der offiziellen Facebook-Seite. Und wahrscheinlich auch auf Twitter, aber ich besitze keinen Twitter. Also von daher kann ich es nicht beurteilen, ob ich es da auch gepostet habe. Auf jeden Fall, was kann man zu dieser Kanone sagen? Die ist feurig rot, auch schon wieder Vorgänger. Aber die Kanone sieht irgendwie richtig geil aus. Ich habe zwar gedacht, dass die irgendwie blau wird, da wegen den Mauern im Stil. Aber nein, die ist noch rot geblieben, die Feuerbälle, die sehen mal geil aus. Richtig geil. Ja, also ich habe das Gefühl, Level 14er Kanonen werden so aussehen. Upsi, kleiner Spoiler. Werden so aussehen, dass die blau werden. Das muss ja irgendwann in den Stil der Level 11er Mauern kommen, bin ich mir hundertprozentig sicher. Und hier ist schon das zweite Sneak-Pick, New Clan Badges. Also das heißt, man kann jetzt sogar eigene Wappen für den Clan machen. Das finde ich mega geil. Dass Supercell sich jetzt auch endlich mal um die Clans kümmert, um Verbesserungen. Und das Beste ist, wenn man hier liest, Upgrade your Clan Level to unlock this irgendwas. Ist zu pixelig, da kann ich es nicht lesen. Das heißt, die Clans kann man auch leveln. Wie das aussehen soll, ist bis jetzt noch unbekannt. Ich kann es mir ungefähr so vorstellen, entweder wenn man viel spendet, wird der Clan dann halt, bekommt dann Level ab. Oder wenn man viele Clank-Kriege gewinnt. Ich kann es mir eigentlich nur so vorstellen. Und das waren die ersten zwei Sneak-Peaks. Es gibt noch ein drittes, aber das habe ich leider nicht gefunden. Und zwar, Heiler können nicht mehr von der suchenden Luftmine getroffen werden. Ja, ich glaube, Supercell würde den Heiler so beliebter machen, dass er auch öfters benutzt wird. Eigentlich ist der Heiler sehr unterschätzt, aber ist auch klar, 15 Minuten für einen Heiler, ja. Da muss man irgendwas zum Tanken vorschicken und zu so einem Batsch. Passt das überhaupt nicht, finde ich. Okay, und hier sind wir wieder in meinem Dorf. Und ja, ganz viel Spaß. Hashtag, get on in the comments. Voll Swag Wolf, Hipster. Okay, eine Shanklin wäre schlau. Kommt alle rein ab Level 60. Ja, Mann. Ja, das ist mal die beste Werbung für den Clan. Also, falls ihr mal in den Clan reinkommen wollt. Ich kann ihn nur empfehlen. Es sind sehr nette Leute, die auch sehr viel Werbung für meinen Clan machen. Also, ein großes Dankeschön an Shumi und Fly, die sehr viel Werbung machen. Und auch an die anderen. Bester Clan hier. Wow, Beef. Alle her. Okay, ich will nicht so viel auf den Chat eingehen, da das einige von euch nicht so mögen. Okay, es sind wieder mal Besucher angesagt. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit dem Besuchen. Der erste, ja, Fly wurde, wollte besucht werden. Wink deiner Mama, du bist auf YouTube. Okay, wir suchen ihn mal. Er hat eine neue Base und die... Hä? Hä, hatte ich die nicht schon besucht? Keine Ahnung. Nee, hatte ich noch nicht besucht, glaube ich zumindest. Town Level 9. Farming Base ist trotzdem in Kristall 1 und er hat auch Meister geschafft. Ich glaube, das war gestern. Bin ich mir nicht mal ganz sicher. Ihr werdet die Folge Sonntag sehen, aber ich nehme sie jetzt Samstagabend um 20 vor 8 auf. Macht Thomas heute ein neues CoC-Video. Ja, gerade. Komm, ich gehe ein bisschen auf den Chat ein. Das ist witzig. Okay. Die Magier-Türme sehr mittig, decken jeweils zwei Lager ab. Das sogar drei und das auch zwei. Nein, auf YouTube. Ich werde berühmt. Ach so, okay. Ich werde die Welt beherrschen. Muhahaha, David. Ja, ich will nicht... Oh, Mann. Ich will trotzdem freundlich bleiben. Okay. Ja, Fragezeichen. Okay. Ja, vielleicht will ich auf dein Dorf eingehen und ich werde jetzt nicht auf den Chat eingehen. Ich werde es versuchen. Die Magier-Türme decken jeweils zwei Lager ab. Sogar drei. Zwei Stück zumindest. Die restliche Base, die Lager sind sehr weit innen. Die X-Bögen. Ich kann dir empfehlen, Boden, Luft den auch einzustellen. Denn nur Boden, das bringt es nicht so sehr. Ich habe da einige Erfahrungen gemacht. Thomas, ich liebe dich. Oh, voll sweet. Okay. Nee, ja. Ey, ich glaube, die haben irgendwas genommen. Auf jeden Fall. Die Minenwerfer. Perfekt im Viereck. Das ist sehr nice. Ja, also ich kann eigentlich zu jeder Base nur das sagen, was ich in jeder Folge sage. Ich glaube, ihr wollt nur eure Base auf YouTube sehen. Das ist der einzige Grund, warum ihr euch immer wieder bewerbt. Ich werde euch alle besuchen. Punkt, 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 Punkt. Okay. Okay, die nächsten, die wir jetzt besuchen werden, ist... Line 1516. Na, da muss ich jetzt nach Hause gehen, um zu suchen. Okay. Clan suche. Boah, ich hasse Android 5.0 so sehr. Hashtag 9-2. YP8, YP8, YRU. Ich hatte gerade einen Aussetzer. Oh, ich versuche immer, meine eigene Schrift zu entziffern. Line 1516, hier, Level 34, selber 2. Zerstört. Thomas, fühlst du hier anwesend? King zu deinem Diener machen. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Er ist mein Diener, okay. Die Jungs sind sehr gut drauf, wie ich sehe. Ja, also... Rathus Level 5. Hast angefangen schon, deine Mauern auf 5 zu machen. Clamook auf 2. Baust gerade deine Sammler aus. Rathus auf 9. Ja, ich kann leider nichts zu deiner Base sagen, aber... Ich werde dich das nächste Mal nochmal besuchen. Das mache ich. Ich glaube, wenn das so weitergeht mit dem Besuch, muss ich irgendwann schon einen Zufallsgenerator laufen lassen, weil das schon immer mehr werden. Das ist unglaublich. Und vielen Dank an 143 Abonnenten. Also, wirklich ein großes Dankeschön an alle, die täglich meine Videos gucken und die sie auch liken und unterstützen. Auch einen großen Dank an meinen Clan, der sehr viel Werbung für mich macht. Justus aus meinem Clan wollte besucht werden, wie ich sehe. Justus, 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 Justus. Ich glaube, da war in der Silberliga. Ja, Justus 081160, okay. Besuchen. Taunol, wieso leckt das denn, ey? Android 5.0, das ist so kacke, das ist so kacke. Quarki, wann ist die Pokaljagd? Greifst du jetzt an, David? Ja, gleich, Mann. Stört mich nicht. Ich will nicht unfreundlich sein, ich will nicht unfreundlich sein. Taunol Level 9, also ich will ja nichts sagen, aber das Rathus so weit außen in den Mauern, das bringt nicht viel. Ich spreche dir aus Erfahrung. Trotzdem, die Base sieht... Ah, du bist noch nicht lange auf Taunol 9, wie ich sehe, du bist noch nicht lange. Das ist die beste Taunol Level 8 Base gewesen, wie ich sehe, vom Ansatz her. Du hast nur ein paar Mauern dran gemacht. Hier, Magiertürme decken, der deckt drei Lager ab, der deckt drei Lager ab, der deckt zweieinhalb Lager ab, beziehungsweise drei, ja, die decken alle drei Lager ab, aber die Gold Lager, anscheinend sammelst du kein Gold. Thomas, ich lass mich scheiden, du hast mich betrogen. What the fuck? Okay, ähm... Ja, du bist gerade hochgegangen. Glaube ich zumindestens. Wenn Sherlock richtig kombiniert hat. Ich glaube schon. Aber was ich empfehlen würde, erstmal alle Mauern auf 7 machen und dann langsam auf 8 und dann die Verteidigungsgebäude. Dann mit dem, äh, Magiertürme auf 6, Minenwerfer auf 7 und dann die Magiertürme auf 7 und dann geht das schon in gute Richtung. Max-Out-Level, Rathus-Level 9, okay. Ähm, und jetzt der Abo, sein zweiter Account wollte besucht werden. Adopted. Ähm. War das der hier? Ich glaube schon. HZRR heißt sein. Zweiter Account. Ja, Sheldor, kann ich mich noch dran erinnern. Sheldor. Da, HZRR. Level 94, uah. Für ein zweiter Account. Boah, wieso leckt das denn? Meine Güte. Alle Hashtag GetOn in die Kommentare. Ach, für mehr COC. Ja, so haben wir aber nicht versprochen. Versprochen, was labere ich da? Ähm, ja, also, jetzt vorab, mehr COC will ich nicht bringen, da die Qualität der Videos dann schlechter wird, denn irgendwann haben die Videos keinen Sinn mehr. Das ist dann einfach nur noch sowas. Ich will keine Namen nennen, aber es gibt auch YouTuber, die zwei Folgen am Tag COC rausbringen. Ihr wisst, wen ich meine, ihr wisst, wen ich meine. Aber ich finde, dann haben die Videos weniger Qualität. Also, ich bringe lieber alle zwei Tage ein COC-Videos raus. Penis. Ja, das ist mir jetzt... Okay, zweiter Account von Abu. Alle Minen mehr vermittelt. Und schützt ein Elixierlager, was ein bisschen komisch ist. Ich finde, die Magiatürme stehen ein bisschen weit zu außen. Und die X-Bögen auch. Du bist hier nicht aktiv. Ich schätze mal, dass du dich nur darum kümmerst, die Minen und Sammler zu leeren und da weiterzumachen, da das ja dein zweiter Account ist. Und wie man auch sieht, hast du keine Liga. Das heißt, bester YouTuber. Oh, dankeschön. 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 Ich fühle mich geschmeichelt. Abonniert ihn alle. Er ist Hashtag Beste Internet. Oh ja. Wirklich ein großes Dankeschön. Ja, also ich finde die Base eigentlich relativ gelungen. Aber die Mietenwerfer sind ein bisschen weit zu innen, finde ich. Eigentlich können die nicht zu weit innen sein. Aber da die Magiatürme zu weit außen sind, würde ich mir da was Neues einverlassen. Also die X-Bögen, die sind auch viel zu weit außen. Die müssen weiter in die Mitte, da X-Bögen für Towner Level 9 sehr wichtig sind. Okay, ich würde sagen, ich mache noch den COC-Angriff. Natürlich. Was ist jetzt schon wieder? Greifst du jetzt in CK an, David? Ja, warte. Ja, okay. Die Verteidigung zeige ich gleich. Wen wollte ich eigentlich angreifen? Ich glaube, ich wollte vier angreifen, oder? Das Problem ist, wie soll ich jetzt die Clanburg rauslocken? Frag Trupps an, okay? Ähm, ich muss jetzt überlegen, wie ich das am geschicktesten mache. Wieso leckt das denn? Oh Mann, das tut so weh. Zur Verteidigung. Ja, seit Android 5.0 da ist, läuft es nicht mehr ganz flüssig. Eventuell mache ich mir... Zur Verteidigung, ja, ist mir jetzt egal. Ich schicke einfach irgendwas. Spendet den besten YouTuber. Ja, dankeschön, dankeschön. Ähm, ja, ich brauche ein paar Trupps-Skis. Am besten Magier. Magier wären am besten. Spendet wer Drachen will AG machen. Ich will auch angreifen. Hai, Waren, Modus. Los, Magier. Hashtag beste Internet. Magier. Dachboden, Dachboden. Ne, ich sage immer dazu Dachboden. Einfach Dach, Dach sagen. Wie viel steht es denn? 10 Angriffe, 13 Sterne. Ja, das sieht wieder nicht gut aus. Hoffen wir mal, dass der Gegner auch nicht so stark ist. Wann ist das Video on? Morgen. Wieder nur Bogenschützen. Okay, schade, schade, schade. Ja, ich greife jetzt an. Also, ich kann nicht auch nicht, ich kann nicht ewig in der Aufnahme warten, weil das für euch auch zu langweilig wird. Und jetzt muss ich mal gucken. Spendet, spendet, ja. Und da gucken wir uns mal die 5 an. Aber ich glaube, die 5 war viel zu, ja. Ich muss schon die 4 versuchen. Aber 2 Sterne. Oder hier die Golems loslassen. Nimmst du noch auf? Ja, die ganze Zeit. YOLO, Minecraft, Hipster, Swag Kitty. Oh ja, der beste Hashtag. Der beste Hashtag. Okay, wir werden jetzt angreifen. Möge das Glück mit uns sein. Ach. Ja, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich die Clambug nicht rausbekommen werde. Aber wir werden es jetzt einfach mal probieren. Okay, jetzt müssen wir hoffen, jetzt müssen wir hoffen. Eine Riesenbombe, eine Riesenbombe. Okay, einiges haben wir rausbekommen. Und jetzt müssen wir ein bisschen... Haben wir alles rausbekommen? Nein. 4 Bogenschützen oder auch noch ein Mager ist drin geblieben. Aber ein Mager dürfte nicht fatal sein. Ist mir jetzt egal, ob ich die da lasse oder nicht. Jetzt müssen wir gucken. Okay. Mauerbrecher hinterher und jetzt die Magier. Magier. Nicht durch die Mauer gekommen. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Am besten, wenn ich die Päcker splitte, oder? Wieso kommen die denn nicht durch die Mauer? Wieso kommen die nicht durch die Mauer? Ich lasse jetzt einfach da die Helden durch. Ziel ist wie immer 2 Sterne. Okay, jetzt gleich kann ich schon den Sprungzauber setzen. Hoffen... Ja, 2 Sterne müssten locker drin sein. Hier ein Sprungzauber. Als kleine Unterstützung, Packers. Ja, 2 Sterne, lockere 2 Sterne, 3 Sterne wahrscheinlich nicht mehr. Aber nur gut. Ich unterschätze mich eigentlich immer in den Angriffen. Ich denke mir so, schaffe ich die 2 Sterne und dann... Ja, aber 3 Sterne wären das nicht. Glaube ich zumindest nicht. Es sind viel zu viele Verteidigungsgebäude noch da. Jetzt muss ich die Bogenschützenkönigin zünden, damit ich noch einige Prozente für die Bewertung, äh, Statistik für am Ende rausbekomme. Joa, ist doch gut gelaufen, der Angriff. Vielleicht wären ja auch 3 Sterne drin gewesen, aber, mhm... 2 Sterne ist immer das mindeste Ziel, finde ich. Hätte ich mir die Wut sauber am Ende noch aufgehoben. Egal, 73% 2 Sterne, ich bin vollkommen zufrieden. Ich bin wirklich vollkommen zufrieden. Okay, 2 Sterne für unseren Clan, wichtige 2 Sterne. Und ich würde auch sagen, das war es dann noch für die heutige Folge. Wenn das Video euch gefallen hat... Wenn das Video euch gefallen hat... Lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keinen COC mehr verpassen wollt, würde ich mir auch sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.